Musik 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 Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Zu Anfang bin ich öfter mal rausgeflogen. Das war noch sehr unruhig. Da war ich auch unruhig vom Fahren her. Und als ich dann aber so ein bisschen den Rhythmus gefunden hatte, da merkte ich, dass das ging. Dann hatte ich relativ zügig ein, zwei Runden Vorsprung und das ging. Dann konnte man das so ein bisschen im Hinterkopf verwalten und trotzdem aber auch auf Attacke fahren.